Hey Leute und damit Willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survivor Games, mit dabei ist hier die Nanibia und äh, ich brauche ein Schwert, wo bist du eigentlich? Egal, wir dürfen sowieso nicht teamen, ich bin grad in Team Subboten reingejoint. Könnt er sich erstmal... Alter, was hab ich denn für eine Combo gedrückt? Hey, was ist da nun los? Stirb doch! Hey, warum teamen die? Richtige Huren, Söhne. Oh, das ist aber eine geile Map, finde ich. Seht auf jeden Fall erotisch aus mit einem Shader. Und... Ja, eine Diablust, ja, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Ey, wieso sind die so gut? Das ist nicht normal! Wieso teamen die in Team Subboten? Und da ist einer? Der hat eine Diablust, die will ich haben? Der hat mich fast getötet. Ich kann's nicht fassen. Warum? Nein! Sollen wir uns irgendwie treffen? Nein, ich bin schon wieder in Team Subboten reingejoint. Ich gewonnen! Nein! Nein! Warum? Ich pack das nicht mehr. Meine Nerven sind am Arsch. Wieso, wieso ist das nur so? Warum? Warum können die nicht normal spielen? Ah, der hat einen Goldapfel getroppt. Hey, aber wenn das kein... Ich zeig dir, wo es lang geht, du Hurensohn. MAAAN! Hey, das ist nicht normal. Nein! Hulg, ich fick deine Mom. Oh Gott, der Gommelserver-Bugt schon wieder. MAAAN! Alter, dieser Admin Klaus. Wenn es sich mein Video jetzt anguckt, ich will dir eine Nachricht jetzt übermitteln. Klaus, du bist ein Hurensohn!